so muss man kurz machen weil meine festplatte doch wieder voll wurde aber ich habe tatsächlich viel verändert gleich am gleichen punkt wieder bei der mfe so ich habe mal nachgeschaut und wir brauchen ein kinetic motor den baum noch das haben wir das haben wir das in der mitte nach ich weiß nicht ob wir alles hinbekommen aber musik läuft nicht machen wir das jetzt ganz ehrlich also das ist das nervigste dass beides nicht kombinierbar ist genetik das war ja so ein hammer come on echt blöd schmeißen mal hier ein paar rein kann nie schaden so gut so kommt immer noch gebrochen jetzt fehlt das ding in der mitte die dinge schon wieder und wie immer das nicht da eingebaut werden kann ist komisch genetik genetik motor mffc probieren wir das mal also ich muss den mit dem den verbinden die connect muss also ich glaube das ding muss dann zu einem zeigen ich nehme mal vorsichtshalber ein paar blöcke ich nehme dann die axt schon wieder der chunkfehler ach klar komm doch her du chunkfehler ich würde sagen dass wir vielleicht den obersten hin machen weiß natürlich nicht wie groß das rad ist 1,2,3,4,5 noch ein jetzt brauchen wir den genetik motor das ist glaube ich relativ egal so wenn ich jetzt das ding da einbaue geht das dann wow das lädt viel das ist echt viel strom ach komm der leuchtet sogar strom hat und verbraucht sich irgendwann wir lassen es mal laufen nice hätte ich dann noch einen anschluss der folge machen müssen jetzt darf man das mal laufen mal gucken wie lange das jetzt hält bis er die voll hat eine zeit abzudeminieren datei ist ich muss das andere noch voll machen das kann weg das kann weg das darf gerade auch nicht oh jetzt kommt es zwei stück so noch ein ding ausstellen ich will hoffen dass ich zwei kriege weil das wäre echt ganz gut was brauche ich denn für die we find die da muss ich ein oil und einen von denen herstellen wie bestelle ich die hier eine industrie eine industrie und eine oil okay die mit äh ich brauche einen ocean 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 habe ich glaube ich da vorne reingeschmissen guck mal so viele kleine mini ziele und wenn der strom da oben läuft wäre das bombe und ich brauche nur eine von denen hier da muss ich auch noch mit diesem travel anchor muss ich mich auch noch zurecht finden jetzt erstmal bitte nicht zerstören bitte nicht zerstören ich liebe dich spiel und noch eine und die kann meinetwegen muss aber nicht sauber du brauchst flowers okay dann holen wir dir noch ein ding dann können die beiden laufen ich habe meine ruhe erstmal für einen kurzen moment hab ich von beiden sollten uns drin die kommen ja gut die kommen das ist doch egal es ist auf jeden fall dass ich die da habe wenn der denn da strom hinbringt wäre das echt hammer ich schmeiße das mal auf die ecke hier dann holen wir das mal raus weil das brauche ich nicht wollen wir das sind ja da haben wir so so zwischenstufen die wir wieder verbrauchen können auf irgendwelche drohnen beziehungsweise auf irgendwelche königen das ist eigentlich so eine kompkiste oder so äh hat die komp chocolate bar schade sind es hätte gesagt vielleicht so ne habe ich denn kompkiste oder so die irgendwie einfach so zu wenig sind hier sowas hier sowas das ist klar ja wo die sind eh einfach gesteckt da vielleicht eine chest dahinter machen noch und einfach mal alle comms reinschmeißen die sich so ansammeln die haben wir vielleicht durchfiltert oder so so ich glaube das sind ja die dinger ja ok kinetic läuft das läuft ich schau nochmal nach bei dem kinetic zeug dann machen wir jetzt die letzte folge für heute erstmal machen wir einen neuen plan wie alles läuft macht die Biene fertig oder wir machen die Biene gleich noch fertig wenn sie fertig wird dann ist das auch erledigt na guck mal das sieht doch perfekt aus läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft 99% und hat jetzt also hier passen 4.000.000 rein und 150.000 haben wir mit 1% ist es noch ja kann ich mich da so rein stellen gehts dann kaputt aua 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 also er hat jetzt 80 erreicht ist ganz ok vielleicht vielleicht kriegen wir das andere auch noch mit simon mit dem dann weiß ich vielleicht auch wie es funktioniert kinetic weil wir haben ja noch kinetic wind kinetic steam electric kinetic manuell kinetic kenne ich natürlich nicht water kinetic dass ich das vielleicht doch hinkriege dass die funktionieren vielleicht irgendwie hinkriege weil steam ist immer gut steam können wir irgendwann noch produzieren was sind weise selbst wenn das mit dem neuen jetzt auch noch kommt mit dem neuen zeug wenn man sich alles anschaut funktioniert das rein sauber sauber das ist das zeug 6939 da kann ich noch ein bisschen arbeiten das wird auch noch ein bisschen höher gegangen dass auf jeden fall zu genüge da drin sind ja gut ja gut hat er jetzt umgestellt das hat er natürlich jetzt rüber gepumpt wieder das war fast das ist zu ausgegangen ähm sonst eigentlich nicht mehr viel erst mal das kann offen bleiben weil ich da noch mit arbeiten müsste der wirkt er wieder ja beide tanks ja gut der ist klar dass er auf dem niveau bleibt das habe ich ja letztes mal schon gesagt aber wie viele haben wir hier noch braucht er so lange ich glaube ich habe das vergessen wieder umzustellen ne ja okay aber wir können kräften zwar den in der mitte dann brauchen wir jetzt 27 stücke immer zwei drei vier fünf zwei drei vier fünf das ist schon wieder ein paar von den großen Bottichen dass wir von den großen Dingern ausstellen können 27 27 234 komm Platz hat für die Dinger jetzt nicht können wir noch eine kleine 4er 4k festplatte machen oder so dass wir die gleich fertig machen können das ist echt geil funktioniert sauber ordentlich wie ich es mir gewünscht habe ja vier sind schon mal gut die andere machen wir gleich auch noch dann habe ich das geredet brauche ich das denn in welchem projekt im singleplayer da hatte ich ja so stufenweise oder? oder war das im anderen projekt da hätte ich ja so diese stufen ne das war in einem anderen projekt das wäre stufenweise aufgebaut so da kann man das hier das 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 jetzt brauchen wir wieder den stinkstiefel hier 1 2 3 drunter gab es kann ich immer noch ich mache es einmal fällig hier Alles klar, ich komme wegen meinem Block hier, drum, 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 wo haben wir nämlich, einen kann ich noch bauen, ne, ja, den, den, den und den auch noch, vielleicht hat er in der Zeit dann das andere, oh no, da bin ich immer vorsichtig bei, so, vielleicht hat er den anderen auch noch fertig, 21 Stück fehlen, oh mein Gott, wenn der fertig ist hier, haben wir genug, ich kann zwei Ölbienen auf jeden Fall schon mal vorproduzieren und ich kann das dann nachher verstricken, die alle schon mal einstellen, so, was sind denn die Ölbienen, wie weit sind sie denn, weil die produzieren auf jeden Fall, er hat schon eine von den Old Coms, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Old macht, na doch, aber ich will die ja noch weitermachen, ich will die ja noch weiterkriegen, die beiden Boys, sechs Stück, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, danke schön, miu, wenn, dann kann ich sie automatisieren lassen, das heißt, wenn sie im Moment sind, gleich verarbeiten, das hätte ich ja da auch nicht so große 64k für das Blatt machen müssen, aber das ist auch nicht schlimm, macht nichts, und, nice, jetzt haben wir noch Dinger wieder, Wooden, 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 Slabs, brauchen wir neun, auch vier, wo, 45 Stück, ne, eins, zwei, drei, ja, wir haben ja fünf neue gemacht, ich brauche gleich diesen Block da noch rein, damit ich auf jeden Fall den nicht springen kann, ah, danke, wenn ihr müsstet ihr überlegen, FES da, 13, 19, es ist echt hart, ich habe eine riesen Einstellung, aber es liegt halt, zu viele Mods auf einen Chunk, oder zu viele Maschinen, als besonders vorne am Haupt, ist echt viel los, hallo, ah, jetzt, Wooden, aus dem Stiefel was, da wird gleich auch noch was raus, Block hinsetzen, und du noch, das heißt, drei Dinger nur noch, und den Rest noch wegen welcher anderen Sachen, und dann müssen wir überlegen, das ist echt Hammer, wie viel wir geschafft haben, hin, jetzt mittlerweile, ich würde sagen, 250, sind wir kurz davor, kurz, ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl hier, und folgen jetzt gerade, 99% immer noch, 500.000 hat schon, alles klar, lassen wir mal weiterlaufen, ich schaue gerade auf die Uhr, machen wir jetzt eine länger Folge, dann werde ich mich jetzt drum kündern, dass jetzt die Bienen fertig werden, in der nächste Zeit, der hat noch nichts rausgeschuckt, und wenn es euch gefallen hat, mit den ganzen, nächsten, klar, das ist ein bisschen viele verschiedene Worts durch, aber beim nächsten Mal ist Bienen angesagt, Genetic, also der oben der Turm, und da konzentrieren wir uns mehr auf diese Ebene hier, dass die Ölbienen ihre Arbeit tun, und dann kommen die neuen Bienen auch noch, die werde ich mal vorproduzieren, und dann geht es ins dieses Eingemachte, das andere läuft ja jetzt erstmal, und die Curvy muss ich wieder neu anschließen, damit dort wieder ein paar bis zum nächsten Mal, euer Flasch.de, und tschüss, und nicht vergessen, Däumchen wenn Däumchen!